Ja, Hallöchen, euer Pierre LP. Heute habe ich mal den SD-80, glaube ich war das. Das ist, das ist hier der Normale. Und das ist der Weihnacht. Der sieht voll gut aus. Ja, Motto-Vorstellung. Man sieht gar nicht, dass hier so eine Dinger dran sind. Wir lassen das mal dunkel werden. Wir machen mal nach 0 Uhr. So, dann machen wir gleich Licht da. Oh, ich finde das so geil. Die kleinsten Dateis hier. Warte mal. Die kleinsten Dateis. Sogar über, überall der Dings. Warte mal, dann gehen wir jetzt mal rüber. Ich finde den so geil. Wollen wir mal eine Runde fahren. Komm, wir fahren mal eine Runde. Wollen wir mal ein bisschen aufbauen. Voll geil, das Ding. Ja, den gibt es bei einem Onzee Adventskalender. Die kleinsten Töme haben wir alles. Die 5-10. Die 1, die 5-10. Die 1, die 6-10 sind. Die 1, die 1, die 5. Die kommt aufbauen. Die 5-10. Die 5-10. Die 3, die 1. Die 3, die 1. Die 5-10. Die 1. Die Knau – die 15-11. Das ist ein bisschen wichtig. Warte, warte. So, einer musste mal ein bisschen fangen. Hä, oder ist das Garten? Ja. Ich brüste hier nie. Ah, ist das Walter? von hier ein ein Oh ja. Anweilung. Anweilung. Kampen. Einmal. Kampen. Ja, so ist es. So ist es. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 3.4.5 Fahrer auf Balkan Fahrer auf Fahrer auf Fahrer auf Dachmann in Hamburg Fahrer Fahrer Das hier nervt ein bisschen, aber auch egal. Ja, das ist gut, aber auch egal. ja doch ganz gut aus ich verabschiede mich von euch euer PR LP zum nächsten Mal tschüss tschüss